Okay, wer ist denn seine größte Kreation? Der meinte wohl nicht die Pfeife ran Maru, oder? Oh! Motsa Michele? Motsa Michele? This is it? Samonosuke, that must be where the machine is! I'm going to check on Jacques, okay? Sure. A keepsake for my wife? Yeah, Pops, you must have something. She wore this ring. Thanks! I'll see you later! Mother's ring? Yep. And that's all we need. Do you think you're ready for this? Ta-da! Oh! Henri. My dear Henri. What? It is so nice to see you again. But you look sad. Oh! You must be sad because of me. I'm so sorry. No! It's that... Mother, it was my fault that... Henri, listen to me. What happened to me is not your fault. Everything happens for a reason. Then, you must not blame yourself. Mother... Open your heart, Henri. I love it when you're happy. Mother... I'll always be watching over you... ...and your father. Mother... Mother... I don't... I don't... I don't understand. That's good. There it is. Right over there. So that's... Monsieur Michel. Wow. 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 Akko and I will take it from here. Okay. This time, I won't let Henri out of my sight. Come on! We're gonna smash that time folder to bits! Wow. Wow. Ja, wenn klein Akko das sagt, dass wir das jetzt hier in Stücke hauen, dann hauen wir es jetzt in Stücke. Nix drin, nur Müll. Öko-Geist. Jetzt müssten wir drei haben. Ninjas! Scheiße, verpuffte hoch acht. Ich hasse es, auf Treppen zu kämpfen. Hai-ja! Wenn der nicht angreift, dann mach ich das halt so. Du hast ja Nerven! Hm? Können wir vielleicht die Postkastenständer hier auch kaputt machen? Klar, Mülleimer können wir durchtrennen, aber wenn so ein blöde... Das ist ein Sonnenwappen. Ach, das muss bestimmt, äh, hier Jacques finden. Wir stufen jetzt hier auf, dann switchen wir mal rüber, dann stufen wir bei Jacques auf und dann wird nochmal abgespeichert. Ja, ich weiß, ich schweige ja sehr, sehr oft. Aber besser so, als wenn man drauf geht und dann alles nochmal machen muss. So, Vaporation! Wow, Big Time! Tschüss, Arco! Mal gucken, was bei Jacques jetzt passiert, ob er endlich mal angekommen ist. Ja, doch, es liegt danach aus. Wo bin ich? Schlau! Akko, das ist Mont Saint-Michel, habe ich es zurück in meinem eigenen Zeitpunkt gemacht? Keine Ahnung nicht. Das ist Mont Saint-Michel, aber 500 Jahre in der Vergangenheit. Ich glaube, ich wäre nicht so glücklich. Keine Ahnung, Jacques. 500 Jahre nach dem Moment, Henri und Michel sind beide hier mit dir. Du musst nicht geben. Ich verstehe. Ich glaube, ich muss das, was eine kleine Frau sagt. Du wieder? Was ist es diese Zeit? Na ja... Warum? Ich sollte es wissen. Echt dieses... Ich war mal ein... Deinte Arschloch, ihr. Ne, ne, ich geh mal lieber. Der spielt sich aber nur vor der alten so auf, habe ich so als Gefühl. Wenn es nicht mit Feuer geht, dann geht es eben mit Blitz. Und, ihr kommt es um Schna점 zu generieren. Und, ihr habt sie zu doof, gehen sie an. Und, ihr seid mega Leandro am Arschloch. Grohl. Grohl im Karton! Wer ist denn da? Heihachi Dispose of this western barbarian Right this instant I can't do this anymore Why, Heihachi? I never like taking orders Sorry How dare you You insolent human Stop right there, Heihachi Another new monster? Well, I can't keep up Nee, bei dem ganzen Kladderadatsch kann ich's verstehen, dass du nicht... Dass du da nicht mehr mitkommst Ich tue's ja selbst nicht Erst... Ja, vernichte ihn, vernichte ihn Öko-Geist Haben wir jetzt genug? Einer noch, ich werd bekloppt Komm, noch eine einziger Was hast du denn da? Ich glaub, das... Ich glaub, das gehört dir aber nicht Ach, das können wir auch Na, das ist ja mal interessant Okay, was haben wir denn hier sonst? Ach so, weil jetzt... Nichts Naja Okay, können wir durch diese Tür Jemand ist dort drin Aber es ist verschlossen So Ab nach oben Wie ist das schön einfach? Wow, wer ist gelandet hier im... Mon Saint-Michel Wer bist du? Wer seid ihr? Ich habe euch hier noch nie gesehen Das ist die Hölle Wir arbeiten bis wir sterben Die Hexe Vega Donner Ach so, ist das die, die von der Hedgie da stehen geblieben lassen wurde Was ich schon wieder irgendwie sehr amüsant finde So, ach, vergiss es Ey, wer ist der Fatsch? Nee Ich glaube, da Werde ich nicht so leicht runterkommen Na, ist ja auch egal Können die auch erstmal hier rüber gucken, was hier ist Aha, Gegner Ah, Scheiß Dreck Alles Okili-Dokili Ich bin gerettet, danke, danke Oh, Alter Ich danke dir Dort ist ein Hebel Bitte ziehen Oder drücken Okay, da fehlt ein Zahnrad Was wir Größtwahrscheinlich erst in der Zukunft finden werden Okay So, was wollte ich jetzt Sag, ja, ich wollte ja mit ihm auch nochmal Äh, aufwerten Naja, also viel zum Aufwerten hat er ja nicht Also Samanossi ist da schon ein bisschen besser bei weggekommen Ach, speichern tun wir jetzt nicht Oder? Der Bestie fehlt ein Auge Ach, okay Das heißt, wir müssen so Wieso sind Ninjas an einem Safe Point? Ja, stimmt Das ist nicht Respet Evil Das war ja nur bei den alten Resi-Spielen So Nach Aufstufen brauchen wir nicht für die paar Dinger Erstmal speichern Und dann geht's weiter hier in St. Dings Michelle Oder zuerst Ach, okay Das heißt, wir müssen ihn jetzt rohen Das ist', wenn du um laptops os Vermeig Bis zum nächsten Mal podr